Luca, was für ein Spiel? Ole Burg war gerade hier und sagte einfach nur Wahnsinn. Wie hast du es heute gesehen? Ja, ich sehe es genauso. Es war ein Kampfspiel. Wir haben jetzt nochmal am Schluss alles nach vorne geworfen und es hat geklappt. Und wir wurden belohnt dafür. Was wir nochmal in den letzten 20 Minuten investiert haben, war schon ein Wahnsinn. Ja, so ist Fußball. Es war schön. War vielleicht ein Knackpunkt, sagen wir mal, der gehaltene Elfmeter von Markus Kolke? Weil ich meine, mit dem 4-1 wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Ja, das ist sicherlich. Markus hat sich vor dem Spiel nochmal alles durchgelesen, hat einen super gehalten. Und das pusht dann auch nochmal die ganze Mannschaft, sodass wir nochmal alles nach vorne geworfen haben. Warum dein zweiter Treffer? Warum läuft es im Moment bei dir ganz gut? Ja, ich streng mich im Training an, probiere jedes Ding zu verwerten und dann klappt das auch im Spiel. Dankeschön. Bitteschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020